Hallo und herzlich willkommen, ich bin deiner Kalender 921 und ich zeige euch heute hier wieder was neues und zwar wie man im Battlefield 3 die Sprache ändert und zwar downloadet sich man hier, wenn man deutsch haben möchte, Battlefield 3 English und German Language Files. Hier sind dann noch andere Sprachen, die ihr ja wie ihr wollt halt dann benutzen könnt. Hier sind drei Links immer, einer von denen funktioniert jeweils immer und da müsst ihr euch halt durchklicken. Dann brauchen wir noch den Patcher sozusagen, den können wir hier uns downloaden, wo Klick hier steht. Gut, wenn wir das dann alles gedownloadet haben, dann haben wir das alles, also ich habe das alles schon hier. Spiele, Battlefield 3 und dann ist das alles hier, dann habe ich das auch schon hier mit Rechtsklick hier entpacken, entpackt. Gut, ich empfehle euch, falls es nicht funktioniert, vom Battlefield 3 Ordner, den ich euch jetzt gleich zeige, eine Sicherungskopie zu erstellen. Wir gehen auf Computer, also auf eure Hauptfestplatte, dann suchen wir Origin Games, Battlefield 3 und gut, dann haben wir da, dann gehen wir da zuerst in Data Win32 Log und tun da die anderssprachige Files, und gehen in den englischen Data Win32 Log, tun die englischen Dateien markieren und ziehen sie da rein. Gut, dann gehen wir zurück und holen noch die deutschen Dateien da rein, Data Win32 Log, und ziehen die auch da rein. All das habe ich schon gemacht, darum spiele ich auch Battlefield 3 schon auf Deutsch. Gut, dann haben wir dies, dann können wir da gleich bleiben, das gehen wir zurück, gehen dann hier auf Update, auf Patch, auf Data, auf Win32 und wieder auf Log. Dann machen wir hier das gleiche, ziehen da wieder die deutschen Dateien rein. Das habe ich wiederum auch schon, dann gehen wir mal zurück und tun die englischen Dateien da rein, Update, Patch, Data, Win32 Log. So, ziehen das alles wieder rein. So, gut, dann habt ihr die Dateien da rein gezogen, dann geht ihr mal zurück auf den Battlefield 3 Ordner. Hier geht ihr dann auch zurück bitte auf den English Ordner oder Deutsch Ordner, je nachdem wo ihr gerade seid. Dann müsst ihr hier den Dings da, EN US Dings da, hier reinziehen, das habe jetzt ich auch schon gemacht, da mache ich das nicht. Gut, also einfach da reinziehen und das ist dann kein Problem. Ups, da lade ich mir jetzt jetzt zu Brett. Dann gehen wir wieder in den deutschen Ordner und ziehen hier die drei Dateien. bf3-de-x64 und x86 und dann noch die binary Datei. Das bleibt jetzt immer wieder alles da rein. Und, ähm, dann gehen wir hier zuerst auf das mal 64, klicken drauf, dann kommt jetzt hier eine Meldung, die ihr nicht sehen könnt, einfach bejahen. Gut, dann habt ihr jetzt hier den Language Switcher, je nachdem was ihr euch heute runtergeladen habt, für die Sprache, anklicken. Und öfters auf Active Language. Okay, also länger auf Active Language gehen, dann aufschließen. Dann könnt ihr das auch schließen. Dann geht ihr hier runter und gebt da unten ein Rec Edit. So, dann nehmen wir das, einfach wieder bejahen die Meldung, die ihr jetzt nicht sehen könnt. So, dann, ähm, muss ich das hier kurz schnell alles wegmachen, weil ich war in dem Pfad schon. Augenblick. So, genau, da geht ihr unter Haki Local Machine, unter Software, sucht euch WoW 6432 Node, dann sucht ihr EA Games Battlefield 3. Wenn ihr jetzt hier, gut, wenn hier kein DE, unter Strich DE oder, ähm, was steht, ähm, welche Sprache ihr halt genommen habt, dann müsst ihr das hier anklicken und bearbeiten, ändern und dann das halt ändern in die Sprache. Oder, zum Beispiel, englisch ist EN unter Strich US, dann müsst ihr dann bei beiden ändern, hier oben dann auch nochmal. Aber, wie gesagt, nur die 5, mehr nicht. Wenn ihr das anderes ändert, dann habt ihr sofort verloren und funktioniert euer Battlefield nicht, man müsst das neu installieren. Gut, ähm, ja, das war's dann, dass euer Battlefield 3 auf Deutsch, ähm, ja, viel Spaß Battlefield und, ja, Battlefield könnt ihr bei mir kaufen mit der Erweiterung Back to Karkant für, ähm, 40 Euro und, dann noch einmal, ähm, Closed Quarters und für nochmal 20 Euro, bekommt ihr einen 5 Euro Rabatt, ihr bekommt ihr einen 10 Euro Rabatt und dann kostet das Ganze euch nur 40 Euro statt 50 Euro. Alles wird natürlich mit Paysafe-Card bezahlt. Gut, dann, ähm, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao.